. 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 Es war Auf gleichem Niveau haben die zwei gespielt, wo immer das Niveau war. Und da geht Aschua in Führung durch Lödöck im Powerplay. Ja, gut gespielt von Bdebus auf Lödöck. Schussabgabe, schwierig für Weber im Goal. Und ganz spannend ist dort der Schmutz, wie er das Goal geniesst. In dieser Zuschauerrolle möchte ich auch nicht unbedingt sein. Sitzt auf dem Hosenboden. Man muss aber auch sagen, Aschle hat auch vor dem Goal einen sehr guten Job gemacht. Und Grönburg hat dann gedacht, der Coach-Challenge sitzt ja im Torraum. Das ist doch Goaliebehinderung. Aber Martin war da auch noch involviert und dafür verantwortlich, dass Schmutz auf dem Hosenboden gelandet ist. Darum ... Sind wir einverstanden? Dass das Goal gleich zählt? Nein, Martin war eigentlich verantwortlich, dass Schmutz so reingegangen hat. Und der Schmutz fünft dran, als er den Verteidiger hat. Wie er am Kopf vorbei ist. Und so ging Aschle in Führung. Nach 28 Minuten 0-3. Die Coach-Challenge hat ihn auch noch zu einer Strafe geführt. Und so nahm das Ganze seinen Lauf. An diesem Abend, aus der Sicht der ZSZ-L1. Wir schauen uns gleich das nächste Goal an für Aschle. Das war dann das 2-1, das sie erzielt haben. Und zwar ... ... wieder im Powerplay. 5 gegen 3. ... wieder in die Zonen rein. Ja, ich meine, sie haben hier natürlich Optionen, oder? Aber hier relativ schnörkellos. Dann hat er gerade die Passiv-Mitte gesucht. Und einen guten Abschluss. Zürich doch sicher zwei weniger. Aber trotzdem passiv. Da ist dann hier eine zu wenig kompakte Mitte, wo es dann auch wichtig wäre, um mit den Männern zu stehen. Sebastian Wenström kann da jubeln. Und Sascha im Powerplay gespielt hat gerade mit 5 gegen 3. Das hat eben auch mit der Aktion von Yannick Weber zu tun. Der hat sich da strafe eingehandelt. Und das ist der Bande-Check-Sida gegen Thibaut Frossard. 2 plus 2 Minuten gegen Yannick Weber. Ja, das ist sicher ein Check, den man nicht gerne sieht. Das ist gerade einen Meter vor der Bande. Ich kann von Glück reden, dass er noch ein bisschen abdrehen kann. Aber das sind wirklich so die Horror-Checks zum Teil, die man gar nicht mehr sehen kann. Ja, das Goal ist dann bei 5 gegen 4 gefallen. Und ja, Aschua gewinnt. Also wirklich gegen die ZSC, Lions. Also ein absoluter spezieller Sieg, welcher es hier natürlich feiert. Klar, dass sie so viele Mal verloren haben. Und ich sage es wirklich nochmals, es ist der siebte Sieg in dieser Saison für ... Trainerwechsel. Trainerwechsel. Trainerwechsel-Effekt. Trotz der Gravaten. Aber auf der anderen Seite schon nochmals zu Zürich, um das nicht schmälern, Aschua. Also ich weiss nicht, als Sportler, wenn du nur ein bisschen das Gefühl hast, ja, heute gehen wir schnell Faschua, Pontrout, ist easy. Dann kann es manchmal schon anders rauskommen. Aber es darf die Zürich schon. In diesem Zeitpunkt der Saison ist ja das, was ihr immer wieder sagt. Die Entscheidung, die eigentlich um die Ecke genommen ist, mit den Playoffs-Wahrständen. Wenn wir mit Zürich reden, dann sagen sie das auch. Die Regierung hat es im Interview gut gesagt, sie wollen die Sieg, sie wollen jetzt bereit sein, die Playoffs kommen und ... Also ich brauche einen Sieg. Es ist von daher wirklich völlig unverständlich, dass jetzt wieder so eine Leistung passieren konnte. Und auch gestern im Match, wir haben es auch diskutiert, da gab es immer wieder Szenen, wo man einfach sagen muss, dass es zu wenig gut ist. Es ist zu wenig gut für das Talent, die diese Mannschaft hat und die Möglichkeiten. Es gibt eine lange Heireise für die ZSZL1 heute also aus dem Jura, nach dieser Niederlage, die sie schon zum zweiten Mal erlebt haben in Aschua. Der Letzte hat heute Abend gewonnen und hat einen zweitletzten Gewinn. Der SZL Tigers lief in Fribourgote kommen. Langnau, das ist doch die Mannschaft, die zu Hause eigentlich nie gewinnt. Das ist nämlich der vierte Sieg zu Hause in der Hilfeshalle. Und so ging es los. Team Gross-Niklaus, 13. Minute. Sehr gut nach dem Bullieren, wie er den Böck bekommt und dann eben auch wirklich relativ viel Zeit hat. Einen satten Schuss und ihm persönlich mag es extrem gönnen. Er hatte auch nicht immer die einfachste Zeit, er konnte sich hier wirklich einen Standplatz bei Langnau, und sehr schön, wie er da abschliessen. Und der Leunpe-Sieger, Harip Pesonen, von dem hatten wir es gestern auch noch, seine Rolle in der finnischen Nationalmannschaft, wie er sie dort spielt, heute in Langnau als Goalschütz. Ja, so wollen wir ihn können, oder? Er hat ... ... wirklich ein sehr schönes Zähnenspiel hier. Und ... Er hat die individuelle Klasse. Natürlich hatte er in Finnland ein bisschen andere Rollen, aber in Langnau ist er ganz klar auch einer, der offensiv für Spektakel muss sorgen. Und das ist ein sehr schönes Spektakel-Goal. Nachdem Fribourg ausgeliehen kann er da also Langnau wieder in Führung mit Harip Pesonen. Und dann ist ... ... das nächste Goal gelungen, und bei Langnau haben wir das häufig diskutiert. Ja, sie haben die Ausländer, die treffen, aber es braucht halt eben auch die Schweizer Spieler, die Goalschiessen. Und da kommt er heute, der Kejo Weibel, der schon an Siss gegeben hat, der da sein Goalschiess zum 3-1. Super gut rausgespielt. Der Grenier, der noch ein bisschen verzögert hat, und die anderen zwei Flügel von ihm, links und rechts, bewegen die Schlitzschuhe sehr gut. Man sieht hier einen guten Pass. Noch einen zum Diemen. Mhm. Und der Weibel, der gut ... Vorher schnell wegen der Coaches-Challenge. Schnell Freiburg wollte da wegen Offside schauen. Und ... ja, das haben wir ein paar Mal gesehen, die Coaches-Challenge bei Offside, oder? Also ... Ganz ehrlich, das kann ich nicht nachvollziehen. Also, nimm die Challenge, wenn es offensichtlich ist. Und das ist mehr so ... Ja, sagen Sie heute Abend, der Dubé ... Ja, ich muss ihn noch schnell markieren. Ich muss ihn nehmen, dass er sich nahe ist. Aber ich finde das ein Witz, ganz ehrlich. Wobei der Trainer, wir sagen ihm, der Trainer nimmt sie, aber er kriegt ja auch die Anweisung von jemandem von oben. Auch gut, aber in diesem Moment ist ja ... ... der Trainer gleichzeitig auch der Sportchef. Also, der gilt jetzt bei Freiburg nicht. Ja, wir hätten den gleichen anderen das anschauen. Der nächste direkte Fahrt gesetzt wäre John Gobi, und der war es sicher nicht. Also, er ist beides in einem, und der Gerhard Zenhäuser wird es auch nicht gewesen sein. Also, er hat das entschieden. Ich finde es einfach völlig unnötig in diesem Moment. Eben, aber es zeigt wirklich, in dieser Woche ist es so offensichtlich mit diesen Offside-Geschichten, es muss so auf Glas klar sein, dass es sich lohnt, dass es sich nehmen, sonst stürzt den Entscheid nie um, weil man es einfach zu wenig gut sieht. Zu diesem Schluss kann man definitiv kommen. Ja, der K.O. Weibel, also schüsst das Goal, und den wollen wir jetzt gerade hören, im Interview, bei Michael Krein. K.O. Weibel, nach 14 Niederlagen, heute der erste Sieg unter dem Trainer Yves Saro, und das gegen einen Leidreiter, das ist schon realisiert. Ja, es ist einfach eine riesen Erleichterung für uns. Es war jetzt wirklich nachher, und nicht nur für Yves, sondern auch für uns, für die Mannschaft und für die ganze Umgebung ist es extrem wichtig. Wir sind selber die Best-Player geworden, haben das Game mit einem Goal geschossen, das dritte Goal sehr umstritten. Habt ihr das ein wenig mitbekommen, wie knapp das war? Ja, auf dem Video hat man es nicht wirklich gesehen, der Gröni hatte irgendwie die Schufel vordranen gehabt, aber es sei sie, die den Play gemacht haben, ich musste eigentlich nur noch das leere Goal sein, also geht das Goal eigentlich auf ihre Kappe, nicht auf meine. Danke vielmals. Ja, was haben wir am 7. Dezember gemacht? Es ist schon schwierig, schon eine Weile her, oder? Einfach nur zu sagen, Langnaut dort das letzte Mal gewonnen. Und heute haben sie es wieder geschafft, gegen Fribourg-Otikon. Schön, oder? Beide Mannschaften jetzt endlich mal einen Sieg holen können. Ah, schon auch noch, die haben im November das letzte Mal gewonnen. Aber was müssen wir jetzt über Fribourg sagen, das Gleiche wie über die ZSC Lions heute Abend? Ja, endlich, ja. Wobei, ich muss sagen, Fribourg hatte in der Saison nie so eine Flaute gehabt. Sie hat in meiner Meinung nach eine sehr gute Saison gespielt, sehr konstant auf einem hohen Level. Und ich finde, das ist das, was mich am meisten überrascht, aber das ist das Positivste bei Fribourg, dass sie wirklich konstant zusammen gehabt hat. Einen Ausrutscher kann man so abhekeln, würde ich sagen. Sie haben gestern eine Show gezeigt, im eigenen Stadion auch natürlich. Ja, in Zürich ist das eher immer ein bisschen ein Ab und An gesehen. Da haben wir schon ein bisschen einen Unterschied. Ja, ich bin wahnsinnig gespannt. Also, wir werden den Zug noch sehen, aber wahrscheinlich hat sich ja auch schon auf die Fahne gesetzt, sie wollen unbedingt die Qualifikationen gewinnen. Und wenn es so ist, dann darfst du einfach heute den Match nicht verlieren. Und was noch spannend ist, heute war der Rafi Diaz nicht dabei, er wurde geschont. Und Bera war auch nicht im Goal. Der Message war auch ein bisschen heute. Genau, der Message. Er nimmt eher eine Klüfte leicht in die Schulter, wie auch immer. Ähm, ja. Es ist nicht aufgegangen, ja. Spektor du B. Also, gehen wir zum nächsten Spiel. Lausanne gegen die Rappersville, Lakers Roman Czervenka, die grosse Figur. Und da kriegt er einen super Pass, schön hinten rausgespielt, vom Jelovac und vom Albrecht. Und wenn er so kommt, dann macht er sie. Ja, das ist bei ihm wirklich so. Er hat einfach ... ... mehr so einen Trick auf Lager. Aber sehr schön von Albrecht angespielt. Und was bei ihm einfach genial ist, man sieht es gut, er hat immer den Kopftoben extrem schwierig für den Goalie, wenn er auch so gut vorhanden schiessen. Aber hier nimmt er ihn auf Becken und Stefan ist chancenlos. Wir kommen gleich zum 2-0, die 9. Minute. Andrew Rowe. Marco Lehmann, der den Pass gibt. Auch hier ein super Pass, innerlich ein bisschen glücklich, vom Eckerberger Horizone. Lehmann natürlich sehr einen schnellen Läufer. Er hat nachher ein 2-1. Der Roh macht Druck auf das Goal, schiebt ihn rüber. Für Rappi natürlich auch der Zeitpunkt extrem wichtig war, dass sie da mit 0-2 Führung gehen konnten. Ja, 2-0 auch der Stand nach dem ersten Drittel. Und dann kommt die 25. Minute und die Szene von Los Angeles. Der erste Ball, ein super Pass von Jason Fuchs. Der findet Irgi Zekac. Auch der macht sie ganz trocken. Coaches Challenge. Rappers Wille und Lakers. Wer nimmt sie dort? Yannick Steinmann, der Sportchef, der sagt, Moment, Offside. Der Zekac hat diesen Böck nie unter Kontrolle, und er fährt rückwärts über die blaue Linie. Thomas? Ganz ehrlich, ich muss Yannick hier einen Schutz nehmen. Wenn er das Video-Studium gehabt hat, wie wir hier im Studio mit Muli Schwarz, wir haben die Szene schon kurz besprochen, die Domenico, hätte man wahrscheinlich auch nicht gesagt, dass in diesem Moment der Böck unter Kontrolle ist. Aber das Regelbuch sagt, der Böck ist unter Kontrolle, wenn er sich selber in die richtige Richtung lenkt. Das hat er gemacht. Darum haben Ciri auch so entschieden. Das ist ein klares Goal. Wir hatten den Vorteil, dass wir die Ausbildung schon mal genossen haben in dieser Saison. Es gab schon mal die Situation in Domenico in Fribourg. Und dann haben wir telefoniert mit Andreas Fischer und vor allem mit Dani Kuhrmann. Und der hat wirklich das noch einmal bestätigt. Ein Stürmer kann den Böck auch kontrollieren, wenn er den Scheiben nur ganz kurz tippt und er so in seine Richtung lenkt. Wir haben sogar noch ein Regelwerk, sprich Englisch auf Deutsch noch einmal übersetzt, dass man das wirklich richtig versteht und richtig interpretieren kann. Darum hast du von Anfang an gesagt, als du es gesehen hast, dass er zählen wird. Ja, aber eben nur lang diesem Studium. Ja, ist okay. Hauptsache, man weiss es irgendwann, oder? Genau. Oder man vergisst es nicht mehr. Genau. Also, es sollten überall mittlerweile angekommen sein, dass das Goal eben zählt hat. Aber die Lekers haben trotzdem gewinnen können. Sie sind dann wieder davon gezogen und sie haben ja ihren Roman Czerwenka. Der hat dann auch noch 16. Goal gemacht. In dieser Sense, also sein persönlicher 16. Goal. Ja, ganz schlechter Scheibenverlust hier von Lozano. Beim Aufbau. Und ja, also wenn Czerwenka so weiss ist da und nachher der Zanker einen super Pass, lasst er sich nicht zweimal bitten. Grundsätzlich muss man sagen, Rappi sehr frisch gewirkt, sehr schnell umgeschaltet, sehr ... Ja, man kann gut mit den Scheiben umgehen. Und Lozano auf der anderen Seite ist ein bisschen müde. Vierte Match in dieser Woche hat man schon den Unterschied gemerkt. Die haben eine strenge Woche gehabt in Lozano. Von diesen vier Matchen immerhin auch zwei gewinnen können. So ist es ein bisschen hin und her gegangen für Lozano. Schauen wir, dass sie die Tabelle für Auswirkungen hat. Aber jetzt gehen wir zuerst in ein anderes Stadion. Und dort ist es hoch zu und her gegangen. Ganz ein wichtiger Match. Genf, der natürlich noch den Playoffplatz will holen. Der direkte. Und der SC Bern, der den Pre-Playoffplatz will verteidigen. Und da sind es ... Ja, noch ein bisschen die Haar geraten. Badr und Karrr. Also, das ist eine Szene, die symbolisiert, wie viel das da eben auch auf dem Spiel gestanden ist für die beiden Mannschaften. Und der Spiel gegangen dann bis zum ersten Goal. Und das ist dann der SC Bern, der in Führung gegangen ist. Bern, der wirklich einen sehr starken Match gespielt heute Abend. Und da wird er lanciert vom Papelan, der Dominic Cajun. Ja, was wirklich sehr gut ist, ist der Moser, wie er da Druck aufs Goal macht und zieht dann so die ganze Verteidigung mit hinten. Der Tieri, der die Scheibe da vorne dreht, ist ein bisschen glücklich, dass er wie dann passend nach einem Hinterkund auf den Radplan und der Cajun geht das ein bisschen vergessen. Aber meiner Meinung nach v.a. der Moser drückt extrem stark durch die Mitte und öffnet dann so die Räume. Der Niefelruth wieder im Goal bei Genf. Der hat mich nochmals geholfen von Klothar, damit man ein bisschen abwechseln konnte mit dem Declou, der zuletzt gespielt hat, der sich hier bezwingen lassen musste. Aber nachher war es Genf. Die haben ja gestern im Fribourg noch moral beweisen, einem letzten Drittel. Sie haben nie aufgegeben. Und heute sind sie auch wieder zurückgekommen. Schauen wir uns das 1-1 an. Das ist ein bisschen glücklich, aber es ist super, wie sie ... Ich meinte, der Rod und der Vermin, wie sie in der Mittelzone, eben eigentlich ... ... der Schlagoptausch, wo Bern in die andere Richtung wirkt. Sie können den Pöck dort klauen, es geht in die andere Richtung. Und er versucht, Backhand ... Ich meinte, den Rod anzuspielen, wird abgelenkt. Und sehr glücklich für Genf, aber natürlich sehr wichtig. Ja, und dann schaut hier noch knapp vier Minuten, noch gut vier Minuten zu spielen. Noah Rott, der der Pöck wieder in die Zone hineinbringt und dann der schnelle Abschluss von Joel Vermin. Sieges-Goal. Sieges-Goal. Wirklich sehr schön, schön ausgespielt. Ein super Schuss. Unhaltbar vom Wüterricht, das vier Minuten zum Schluss. Die Mannschaft läuft es wirklich extrem gut. Man sieht, wie sie jubeln, wie sie Freude haben, wie die Emotionen. Man spürt es am Stadion, man hört es bis dahin. Aber da ist wirklich etwas Spezielles am Gehen. Eine Chemie, die stimmt. Und natürlich auch so sein können, nach Hause zu bringen bzw. zu Hause zu gewinnen. In den letzten Minuten ist das natürlich noch viel mehr wert für die Moral. Anders hat es in Lausanne. Nehmen wir es anders wahr. Oder jetzt sind Lugano die drei Teams, die in der Tabelle endlich unterwegs sind. Ich würde schon sagen, ja. Die Genfer gefällt mir schon sehr gut. Die Entwicklung, die sie gemacht haben, wo sie am Anfang sahen, ist gar nichts gelaufen. Sie waren lange zweitletzte. Und jetzt die Entwicklung, aber auch die Art und Weise, wie sie spielen wieder. Ähnlich wie sie letztes Jahr gespielt haben. Und ich habe das Gefühl, dass mit dem Vatoren-Fritpola, die noch gekommen sind, noch einmal, ich würde sagen, noch einmal besser geworden und noch einmal mehr Qualität. Für mich eine sehr, sehr spannende Mannschaft jetzt auch, wenn es zum Playoff reingeht, egal, ob es jetzt auf den 6. Platz kommt oder nicht. Trainerwechsel hat es ja auch gegeben. Also hätte es schon einen Fake gehabt. Ja, du, in dem Fall. Es macht jetzt auch schon das Gleiche durch wie in Genf. Ich komme jetzt noch hinten. Ja, wir sind schon ziemlich rot eingefällt. Das wird nicht mehr viel. In Genf schon zu sagen, ich finde auch, die Mischung ist wahnsinnig spannend in dieser Mannschaft. Extrem viel Talent, also gute Playmaker, aber eben auch Arbeiter. Und sie haben es wirklich geschafft, vier ausgelichte Linien oder Blöcke zu haben. Und die Ausländer, die du angesprochen hast, das sind hervorragend. Und wenn nicht die Schweizer, Roden, Vermin, Richard, der von der Verletzung zurückgekommen ist, auch immer besser kommt. Ich glaube auch, dieser Mannschaft ist einiges zuzutrauen. Ja, und den HC Lugano, den werden wir jetzt gerade in Aktion sehen. Die haben ja auch gute Match gespielt zuletzt. Chris McSorley, der das auch zu laufen gebracht hat im Südtessin heute Abend, hat es aber auch viel zu diskutieren in Davos. Natürlich gehört er immer wieder einmal dazu. und schwarz mit dem Scheizrichter. Nur dann ist man in der Zone, oder? Das ist doch auch einiges ruhiger als früher, oder? Das ist eine richtig normale Diskussion eigentlich, meinst du, oder? Also, wie hier fast. So reden wir auch miteinander. Und ja, Chris McSorley voll in seinem Element mit seinem Team in Davos. Und dort ist HC Lugano in Führung gegangen. Wir können die Szene schnell anschauen mit dem HCD, der da mit dem Heinen eine Scheibe hat. Aber dann geht es los. Dann kommen sie von allen Seiten und weg ist es. Ja, er hat sich hier eine schlechte Situation gegeben bei der Auslösung. Und die Luganesi haben das super gelesen. Das haben wir heute Abend schon einmal analysiert. Jetzt nehme ich sie gerade schnell auf meine Kappen. Das ist gut, das Bulli, das wir jetzt gerade sehen, in der Zone vom HCD. Und dann achten wir auf den Hatschitz-Richter, was da passiert. Jetzt kommen wir mal das Krakenstrafe angezeigt. Und der Fatou und der Goalie könnten jetzt eigentlich rauskommen, den Pöck berühren und die Strafe für Abpfiffen werden. Aber davon sind Unterzahl mit Brome und Rasmussen, die das Goalschissen zum 1-1. Ja, es ist eben nicht, er könnte, er müsste. Weil, Timo hat es gut gesagt, also die Körpersprache von Lugano ist natürlich schon so gewesen. Sie sind den Fuss gegangen, der Fatou stoppt den Pöck und dann ist eigentlich alles vorbei. Sie sind nicht einmal mehr richtig in der Rückwärtsbewegung. Auf der anderen Seite, Davos, ist einfach marschiert und macht und tut. Und hat gemerkt, dass die anderen Kollegen aus dem Tessin nicht mitmachen. Und schon ist es passiert. Und Christian Wolwen gesagt, wir müssen irgendwie die Goalschiessen. Und gut, wenn man natürlich so eins kriegt, weil es sofort eben auch Energie gegeben hat in diesem Team. Und dann haben Tafoser aber auch so gespielt, weil es der Trainer von ihnen verlangt hat. Er hat gesagt, wir schiessen, Leute auf das Goal und den Pöck irgendwie reinbringen. Und so passiert das 2-1. Das ist für mich ein typisches Goal, wo sie sich wirklich gekämpft haben. Oder der Schmutz hat nicht aufgegeben, ist bei den Pöck geblieben. Der Pöck ist um das Goal rumgekommen, aber die Verteidiger haben versucht, Druck zu machen. Also es ist nicht gerade so mit den Brechstangen, aber man hätte das Goal unbedingt wollen. Und man hat ja gewusst, der Neugrenn kommt den Pöck über, versucht ihn auf das Goal zu bringen. Er bringt ihn auch meistens auf das Goal. Da sind sie sehr gut positioniert, Brassel unter Schmutz. Und Brassel kann erben von diesem Rebound. Also wirklich sehr, sehr leidenschaftlich gekämpft. Und es war ein enges Spiel, spannend, immer ein Goal, Differenzen. So ist es auch ins dritte Drittel gegangen. Und dann Lugano wieder im Powerplay mit der Möglichkeit zum Ausgleich. Die Scheibe geht verloren. Achtung, Gegenstoss. Achtung, André Sambö. Aber auch hier wieder an der Bande. Der Brassel gewinnt das 1-1-Duell. Hat den Pöck. Sieht, André kommt durch die Mittelzone mit relativ viel Speeddog. Sieht man es gut. Er setzt sich durch. Eigentlich zweimal. Und hier dann einfach der ... Da müssen wir schon diskutieren. Der Schlepper, oder? Der Schlepper, ja. Wieso? Ja, wieso? Man hat es nicht erwartet von ihm. Ich meine, er hat sehr viele technische Fähigkeiten. Und ich finde es lustig, ich finde es mega spannend, dass er so da ... Aber wenn die vielleicht nicht mehr funktionieren, oder das Selbstvertrauen nicht mehr so da ist, er hat ja auch Penalte geschossen bei den Olympischen Spielen, die er mit Tripplen probiert hat. Dann denkst du, irgendwann ... Ja, das Leben. Wenn man gesagt hat, man muss schiessen, dann schiessen, wenn ich schon, dann schiessen richtig. Hat er es bei jedem Goal gemacht? I don't know, vielleicht hat er das noch. Nein, aber ich glaube schon. Das Go und das Go vorhin zeigt schon ein bisschen die Einstellung, den der HC Davos heute hatte. Und dann unbedingt die Willen und dass man die Goals jetzt unbedingt macht. Ich glaube, sie haben nicht schlecht gespielt in den letzten paar Matchen. Sie sind defensiv gut gestanden, aber dann einfach offensiv zu wenig Produktion gekommen. Da hat man einfach gesagt, egal was es ist, heute schiessen wir die Goal. Zweiter Short-Hander von André Sambüll in dieser Saison. Ich bin gar nicht sicher, haben wir ein Intro mit ihm? Ja, dann hören wir doch das an mit Adrian Schmid, wir haben eins. André Sambüll, der Trainer hat vor dem Match mehr Schuss, mehr Goal, mehr Offensivkraft gefordert. Kann er zufrieden sein? Ja, wir haben gewonnen. Ich glaube, wir haben viele Chancen gehabt. Dort können wir sicher noch daran arbeiten, aber ich glaube, wir haben jetzt gewonnen und das ist das, was wir haben wollen. Zwei Short-Hander haben diesen Sieg ermöglicht. Das sehen wir nicht alle an, aber... Nein, das sicher nicht. Aber ja, das gibt es ab und zu. Wir sind froh, dass es so kam, ja. Gibt es jetzt noch etwas Ruhe nach dem ersten Sieg, nach der Olympiapause? Es tut sicher gut. Ich glaube, wir hatten schon vorher Ruhe, aber es ist wichtig, dass wir wieder ein Match gewinnen. Darum sind wir extrem froh, dass wir heute auch den Sieg holen können. Danke vielmals. Ja, es wirkt wirklich sehr ruhig alles. Wenn alle so ruhig sind wie er, dann ist ja alles Paletti. Das ist so, ja. Nein, aber er hat es auch gut gesagt. Es ist nicht so, dass jetzt irgendwie Panik gewesen wäre, oder dass jetzt gar nichts mehr geklappt hätte, sondern es sind einfach einmal ein Sieg gebraucht. Es sind zweimal froh in der Woche. Natürlich, wenn sie jetzt heute wieder verloren hätten, dann wäre es vielleicht etwas anders gewesen. Darum ist der Sieg super wichtig gewesen, aber ich glaube, sie haben auch bewiesen, dass sie den Sieg unbedingt haben wollen und entsprechend verdient. Alle Interviews, die wir den ganzen Abend immer machen, auch alle unsere MySports-Reporter, die sieht man ja auch immer auf unserer Website, mysports.ch. Alle Goale von allen Spielen, auch auf unserem YouTube-Kanal, wo man jederzeit immer alles anschauen kann. Ich mache den Hinweis gerade gerne noch mal an dieser Stelle. Kommen wir noch zum nächsten Match, zu dem, was wir live gezeigt haben, zum EV Zug, die einen klaren Sieg feiert zu Hause gegen Ambri Piotta. Und da gab es zwei Doppeltorschützen am Tag der Fasnacht. Ja, so kann man natürlich auch ins Stadion gehen. Um zu schauen, wie Yannick Zender die ersten zwei Gäste für die Zentralschweizer schiesst. Zuerst im Powerplay. Genau, also ein sehr guter Senderl, der Druck macht. Und da sieht man gut den Böcker zum Marco Müller auf die blauen Linie. Er hat praktisch keine andere Möglichkeit mehr, ausser auf der Handzone. Aber auch er wird das gehört haben, dass der Trainer gesagt hat, er müsse den Böcker aufs Goal bringen. Der Zender im richtigen Moment kann einen dippen und schon 1-0 heissen. Yannick Zender, der die Goal nicht mehr drei und vier geschossen hat, nicht in dieser Saison, in dieser Woche, hat gerade einen ziemlichen Lauf. Nehmen wir uns 2-0 anschauen, Timo. Ja, ähnlich wieder. Schön abgelenkt vor dem Goal, er ist aber am richtigen Ort. Ich habe das Gefühl, es sei eine Wiederholung vom anderen. Ähnlich, oder? Ja. Aber diese Linie funktionieren auch sehr gut. Mit dem Centen und mit dem Klingberg ein ganz starker Match. Aber auch schon die ganze Saison. Sie sind aktiv, sie sind im Vorcheck, sie sind physisch bereit. Eine ganz tolle Linie. Ambry hat versucht, mit seinen Möglichkeiten. Und sie sind ja hergekommen. Der Anschlusstreffer ist nicht gelückt. Die Züger hatten aber gerade ein bisschen Kommunikationsproblem in ihrer Abwehr. Darum war der McMillans in der 32. Minute frei. Ja, diese Zuordnung hat nicht gestimmt. Wobei ist mir ehrlich gesagt gar nicht aufgefallen, wie sie jetzt in der Pause sind. Aber wenn man da genau hinschaut hat, hat der Centener noch den Stock wechseln mit dem Verteidiger. Anyway, es hat einfach nicht gestimmt. Es hat eine syntaktische Störung in der Verteidigung. Und auf der anderen Seite aber sicher der Fischer, Jannik, den sie dort nicht erwartet haben. Der ist eigentlich eingekreist von der Eizugung vor dem Goal. Genau. Und äh ... Sollen wir es gehen? Ja, aber eigentlich nicht so, wie Zug normal spielt. Aber beim EFZ hat man gemerkt, ja, auch ihnen passieren solche Sachen. Aber sie können es in der Regel eigentlich gleich wieder korrigieren. Und da haben sie eigentlich den Deckel draufgemacht mit dem Goal. Eine Sekunde vor dem Ende des zweiten Drittel im Powerplay mit Fabrice Herzog. Das Powerplay war extrem gut heute. Und sie haben ... ... Spiele wie Klingberg, Herzog, die hier die Scheibe vor das Go bringen, die die Präsenz hatten. Sie hatten gute Schüsse. Und äh ... Das war sicher ein grosser Unterschied zwischen Special-Teams heute, ja. Und eine Szene, die heute noch viel zu diskutieren gab, die wollen wir wirklich noch mal in aller Ausführlichkeit besprechen. Einen richtigen Domino-Effekt. Mehrere Zweikämpfe haben es gegeben. Und am Schluss eben ... ... die Verletzung von Jerome Bachhoffner. Da geht es schon los. Und da jetzt die Fortsetzung. Und es ist vor allem der Check, der zuerst ins Auge sticht. Jetzt der Vorler. Und eben, ihr habt gesagt, es ist kein Check. Es stossen gegen den Bachhoffner. Und vor allem jetzt erst, wo der Vorler auf ihn draufkommt, verletzte sich und spiegte den Helm weg. Und da haben ja auch andere Spieler mitgeholfen. Wir sehen es da noch mal. Jetzt kommt der Heim gegen den Leuenberger, der Leuenberger gegen den Vorler. Es war eine sehr gehässige Sequenz zu sehen. Vorhin schon, oder am Anfang schon. Ich glaube, einfach wichtig ist, dass man Vorler sich als Unschuldslamm und seinen Part beiträgt. Aber die Verletzung, die sich der Bachhoffner schlussendlich zugezogen hat, ist jetzt nicht direkt im Vorler sein Fehler in dem Sinne, sondern er ist angecheckt worden und dann erst nachher auf ihn draufkommt. Und der erste Check oder das Stossen ist unserer Meinung, oder meiner Meinung nach, noch nicht so schlimm gewesen. Obwohl der Bachhoffner sagt, dass er doch noch mal mit dem Gesicht gegen die Banden ist, der Vorler sieht nur die Rückennummern, er müsste auch nichts machen, oder? Ja, aber nachdem das aus dem Mitgenuss etwas passiert, also nochmal, es waren verschiedene Umstände, aber nachdem, was passiert ist, bin ich hundertprozentig sicher, dass der Bachhoffner gewusst, dass der Vorler hinten dran ist. Und dann ist es wirklich nicht ein Check. Er schiebt ihn. Und nachher geht er rum. Klar ist die Zeit wahrscheinlich relativ kurz, aber der Helm verliert er oder die Verletzung hat er effektiv beim Impact. Für das eraktet ihr es nicht als schwierig. Er bleibt aber da schon liegen, oder? Jetzt kommt der Heim, der da recht hässig ist, und dann geht der Vorler nachher auf den Bachhoffner. Und das war dann schon eine schlimme Szene, weil der Bachhoffner hat sich dort auch verletzt im Gesicht. Mit dem hat er ja sicher nicht mehr gerechnet. Nein, mit dem hat er nicht gerechnet. Aber der Umstand war effektiv so. Der Löwenberger checkt daheim voran. Der ist auch am Boden. Und rechts liegt beim Löwenberger von hinten. Der Löwenberger wieder beim nächsten. Also beim Voller. Und der Voller fliegt nachher sehr doof auf den Kopf. Ich muss es trotzdem noch einmal fragen, wer muss jetzt für die Strafbank? Immer noch alle, ja. Gut. Also, alle sind schuld. Alle sind schuld. Janik Zehnder, wenn wir ihn hören, er hat heute zwei Goal geschossen, aber er hat einen riesen Lauf im Moment. Er ist bei Thomas Rotmaier. Janik Zehnder hat drei verschiedene Herausforderungen in dieser Woche. Alle angenommen und gewonnen. Welchen Gründe für die perfekte Woche von Evacu? Ich glaube, perfekt war es noch nicht. Punktmässig schon. Aber ich denke, das erste Spiel von uns diese Woche war schon am besten. Da haben wir defensiv mit Abstand am besten gearbeitet. Ich glaube, heute war es auch nicht schlecht. In Lugano waren wir nicht so zufrieden. Aber ich glaube, vor allem, weil wir uns darauf fokussieren, dass wir defensiv zuerst schauen und uns sagen, die Chancen kommen dann schon noch offensiv. Ich glaube, das ist eigentlich der Mindset, den wir brauchen und jetzt zum Erfolg verholfen hat. Viele Goal heute, aber auch ein bisschen überschattet. Auch noch mit ein paar doch unschönen Aktionen. Wie haben Sie diesen Match auch heute gesehen? Von den Emotionen her, wie schwer ist das? Ja, es ist immer sehr emotional gegen Umbry. Ja, wir wissen, es gibt immer harte Kämpfe. Es gibt immer gefährliche Battles auch ein bisschen ab und zu. Aber wir dürfen uns von dem nicht aus der Ruhe bringen lassen. Ich glaube, wir haben ein, zwei Checks ausgeteilt an der Grenze. Aber es gehört zum Hockey. Und wir haben versucht, auf das Spiel zu konzentrieren. Das Positive Persönliche, auch noch vier Goale in einer Woche. Jetzt wollen wir ein paar Fans noch wissen, welches Mittel ist das und wo kann man es kaufen? Ich glaube, ich spiele mit Selbstvertrauen. Wir haben sehr hart gearbeitet in der Olympiapause. Es funktioniert mit meinem Linienkollegen. Dann stehst du ab und zu am richtigen Ort und dann passiert etwas. Gehen wir mal in die Apotheke und fragen nach Selbstvertrauen. Ob das irgendwas am Gestellchen rausnehmen könnte. Also drei Punkte heute gegen Umbry. Drei Punkte haben es aber schon geholt Anfang der Woche im Hallenstadion. Und auch in Lugano die perfekte Woche für den EV Zug. Schauen wir uns die Sexspiele an vom heutigen Abend. Mit diesen zwei grossen Überraschungen. Mit dem Sieg zu Hause für Aschua und für die SCL Tigers. Ein enorm wichtiger Punkt für den HZD. Bern, die keine holt, genauso wie Umbry. Die sehen wir jetzt gerade wieder beim zweiten Strichdunen. Aber schauen wir noch ganz hoch. Der EV Zug, den Fribourg-Ottero noch nicht überholen kann, obwohl sie ihre Punkteschnitte ständig verbessert haben. Also Fribourg bleibt leider in der Tabelle. 2,12 zu 2,09. Es wird schon immer knapper da vorne bei diesen beiden Mannschaften. Und dann wurde die Lions überholt von Biel, die heute nicht gespielt hat. Genf und Davos, das bleibt eng. Man sieht, die haben beide 45 Spiele und vier Punkte ist da Differenz. Aber natürlich zählen da Punkte pro Spiel. Lausanne, die dort mitmischt. Und dann Umbry und Bern, da ist alles noch gleich geblieben. Im Moment immer noch das Polster für den SCB. Das war es, die Runde vom 26. Februar. Aber wir haben auch noch etwas zu besprechen. Die Olympischen Spiele, die haben ja stattgefunden auf NHL-Eisfeldern, auf den NHL-Dimensionen. Und ja, da kann man wunderbar darüber diskutieren, über die Grösse der Eisfelder, was jetzt besser und was schlechter ist. Und das machen wir. Wir haben noch etwas Trinkapparat im Kühlschrank. Das wollen wir jetzt dann gleich öffnen. Danke, dass ihr dabei seid bei Puck & Goal. Die Highlights, ich hoffe, wir sehen uns und hören uns jetzt gerade im Backcheck der Tag. Bis dann. Die Highlights, ich hoffe, wir sehen uns jetzt. Ich hoffe, wir sehen uns jetzt.